Ja, es war meine erste Seifenkiste, ich glaube deine auch und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also dies für ein Seifenkistenrennen, das findet am 17. und 18. August statt, in Hottonbergsfeld. Die Seifenkiste ist ja ein Bausatz und den gleichen Bausatz könnt ihr euch auch bei der DBZ besorgen. Wir haben ein paar Sachen ausgetauscht oder angepasst, zum Beispiel haben wir das normale Seil durch den Stahlseiler setzt, ein bisschen gepünkt. Da kommt auch noch ein bisschen Accessoires dran und dann mal schauen wie es aussieht am Ende. 5, 3, 2, 1. Und dann, wir auf die Seite drehen. 5, 3, 3, 2, 1. 5, 4, 2, 1. Da kommt noch durch. 10, 0, 0. Vielen Dank.